Was ist ein etwas ungewöhnlicher Ort in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem noch aktiven, betriebenen Seniorenheim? Die Situation ist einfach die, dass wir in München Tag für Tag zwischen 100 und 300 Flüchtlinge ankommen sehen, dass wir die in die Bayernkaserne, in die Erstaufnahmeeinrichtung ja nicht mehr verbringen können, sondern dass wir die sozusagen ganz kurz vorbehandelt in Busse setzen und in die Landkreise verschiffen oder auch in andere Regierungsbezirke. Wir haben uns bereit erklärt, auch weitere 100 aufzunehmen und sind natürlich dankbar, dass es hier einfach ein Gebäude gibt mit festem Dach, mit sanitären Einrichtungen, mit einfach Platz, um die Leute menschenwürdig unterzubringen und nicht irgendwo in Zelten oder sonst wo. Also von meiner Seite aus nicht. Ich hoffe auch bei der Caritas um Verständnis für mein etwas, sage ich mal, nachdrückliches Bitten. Ich habe Verständnis für die Caritas, die natürlich zunächst mal ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch im Auge haben muss. Die sagt, wir möchten nicht, dass die so kurzfristig jetzt quasi überfallen werden. Aber ich glaube, man kann das einfach durch räumliche Trennung sehr gut organisieren. Dann werden die alten Menschen nicht gestört werden und ich bin sehr dankbar, dass die Caritas jetzt mit uns zusammen das so leistet. Also zunächst mal ist natürlich an die Trennung zu denken zum jetzt bestehenden aktiven Seniorenwohnheim. Das werden wir einfach durch Sicherheitsmitarbeiter gewährleisten, auch durch bauliche Maßnahmen. Da mache ich mir keine Sorgen. Das wird, sobald die Menschen da sind, stehen. Was die Anwohner angeht, sehe ich eigentlich keine Gefährdung der Sicherheit. Die Polizei hat halt mit, dass nirgendwo, wo es solche Heime gibt, zu irgendwelchen Übergriffen oder ähnlichen Dingen kommt. Auch wir im Landkreis können so etwas nicht berichten. Wir haben keinerlei Auffälligkeiten, was Straftaten angeht oder ähnliches. Also ich glaube, man kann da in ganz guter Nachbarschaft mit den Menschen leben. Ja, da bin ich sehr dankbar. Ich selber hatte mich ein bisschen kritisch geäußert. Das war vor längerer Zeit, weil die Kirche umgekehrt die Behörden sehr stark auch kritisiert hat, was die Flüchtlingsströme und deren Unterbringung angeht. Da war ich da aber sozusagen, wer Kritik übt, muss natürlich auch seinen Teil beitragen. Das macht die Kirche aber mittlerweile sehr engagiert und ich bin sehr dankbar.